Ich sag mal Jungs, geht's noch? Menschen fressen oder was? Und in Berlin? Niemals! Das kommt niemals hin. Wofür haben wir ein Gesundheitsamt? Und außerdem ist das der letzte Mist. Ich mein, das ist mir scheißegal, was die da in Brasilien treiben, aber bei uns kommt das nicht hin. Und ich hoffe mal, dass da irgendjemand wirklich dagegen protestiert oder sowas, weil man kann echt nicht alles machen hier. Das war meine Meinung dazu, echt.